Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Jones. Hallo und willkommen zu diesem Infovideo zu später Stunde. Ja, manchmal hast du kein Glück und manchmal kommt noch Pech dazu. So könnte man das jetzt mal anfangen. Ja, was ist passiert? Wie ihr seht, mein Rode Procaster Mikro ist wieder hier dran. Und das hat einen Grund. Und zwar werde ich mich von dem Shure SM7B wieder trennen. Der ein oder andere wird sich jetzt denken, was ist das denn für ein Blödmann? Und er hat in gewisser Art und Weise eventuell auch recht. Aber es ist so, dass ich hier mit meinem Setup mit dem SM7B einfach nicht klarkomme. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ist halt so, das SM7B braucht extrem viel Vorverstärkung. Und du musst also wirklich den Vorverstärker am DBX, der musst du ganz aufreißen, damit da ordentlich was rauskommt. Und komischerweise muss ich auch meinen USB-Interface noch weiter aufziehen. Also ich kann den Output von dem DBX auch noch ein bisschen regeln. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding braucht verdammt viel Gain. Und ich habe mir einen Cloudlifter besorgt. Das geht damit. Das Problem bei einem Cloudlifter, der macht da zwar alles schön 25 Dezibel lauter. Der macht aber auch alles 25 Dezibel lauter, was du nicht hören willst. Und aus irgendeinem Grund nimmt dieses Shure SM7B ein Netzbrummen hier mit auf. Und ich kriege es nicht weg. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Das Problem hatte ich einfach noch nie. Ich habe auch mit Tontechnikern geredet bei mir auf der Arbeit. Und die haben halt auch gesagt, nee, daran kann es eigentlich nicht liegen. Daran kann es nicht liegen. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das SM7B ist eigentlich sehr, sehr unempfindlich. Aber die Sachen, die es dann aufgenommen hat, die sind dann auch wirklich drauf. Und wenn du das dann so extrem hochziehst und dann noch bearbeitest, beziehungsweise komprimierst ein bisschen in Echtzeit, dann wird das so schweinelaut. Das wird ehrlich, das wird unerträglich. Das ist einfach in dem Setup hier mit dem Rechner hier direkt neben mir. Und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das hier mit irgendwelchen Netzteilen zu tun hat. Eigentlich darf das nicht sein, weil die Verkabelung ist komplett symmetrisch. Jetzt im Moment gehe ich da zwar mit der Klinke rein. Das ist dann asymmetrisch. Aber wie heißt das? Das sind, ich meine, das ist ein 1,50 Meter asymmetrische Verbindung. Und das ist ein hochwertiges Klinkenkabel. Also es darf eigentlich nicht sein. Je nachdem, wie ich aufbaue, habe ich sogar komplett symmetrisch verkabelt und habe trotzdem ein Netzbrummen drin. Und irgendwelche elektrostatischen Interferenzen und ich kriege sie nicht weg. Na ja gut, auf jeden Fall werde ich mich von dem Shure SM7B wieder trennen. Denn mit dem Procaster habe ich das Problem komischerweise nicht. Und habe jetzt also, das SM7B kam wann? Am Freitag, am Samstag oder so. Am Samstag kam das. Und habe damit ja auch ein paar Sachen gemacht. Und es klingt auch gut, wenn du viel dran schraubst. Aber hier so bei Let's Plays irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kriege es nicht in den Griff. Und habe das jetzt so lange versucht. Und dann habe ich jetzt eben gesagt, okay, nee, das hat keinen Sinn, das hat keinen Zweck. Ich überlege einfach mal, vielleicht besorge ich mir noch ein anderes Mikro. Denn ich will gerne aus dem Sound noch ein bisschen was rausnehmen. Auch wenn das hier jetzt mit dem Procaster, denke ich, ganz okay klingt. Also so, wie ihr mich jetzt gerade hört, nehme ich mein Let's Play auf. Da wird nichts dran geschraubt und irgendwie oder nachträglich irgendwie was gemacht. Das ist mein Aufnahmesound. Der muss live komplett funktionieren. Und Let's Play Sound, also Mikrofonsound, Mikrofonspur, die muss halt relativ weit komprimiert werden. Weil ja die Spiele schon bis unter Dach ausgepegelt sind und komprimiert sind. Das ist das Problem. Du kannst dann nicht mehr eingreifen live. Und im Nachhinein ist das halt wahnsinnig viel Arbeit. Die tut sich kein Mensch an. Deswegen, wie gesagt, ich trenne mich von dem SM7B. Und ja, nehme jetzt erstmal wieder mit dem Procaster auf. Mal gucken, vielleicht, ich bekomme ja dann das Geld auch zurück von dem SM7B. Vielleicht kaufe ich mir dann ein anderes Mikro. Ich habe da aber noch gar nicht irgendwie weiter drüber nachgedacht, welches das sein könnte oder so. Jetzt, das war das in Bezug auf manchmal hat man kein Glück. Und jetzt kommt das in Bezug auf manchmal kommt noch Pech dazu. Ich habe ja so schön angefangen, Red Dead Redemption 2 zu spielen und finde das Spiel eigentlich auch ziemlich geil. Auch wenn mich ein paar Sachen daran stören, ich finde die Steuerung irgendwie teilweise sehr konfus und irgendwie nicht wirklich überdacht portiert von Konsole auf PC. Da sind ein paar Sachen dabei, das macht irgendwie keinen Sinn. Das hätte man können anders lösen. Das ist teilweise einfach nicht konsistent. Manchmal musst du Sachen mit E machen. Manchmal musst du Sachen mit R machen. Manchmal musst du Sachen mit Tab aufheben. Das ist irgendwie, das fühlt sich kacke an. Aber gut, da komme ich mit klar. Kein Thema. Die Grafik ist super geil von dem Spiel. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Auch weil die Story so super geil ist von dem Spiel. Ist auch Fluch und Segen zugleich. Denn, weil das Spiel nicht übersetzt ist ins Deutsche, musst du die ganzen Untertitel lesen. Und wenn du die ganzen Untertitel liest, hast du gar nichts mehr von der Grafik. Du kannst diese ganze schöne Landschaft und sowas, das kannst du alles nicht bewundern. Du bist die ganze Zeit gezwungen, das zu lesen. Okay. Komme ich auch noch, naja, gerade so drüber klar. Also weil Story ist ja immer nur dann, wenn man irgendwie, ich sag mal, mit jemandem zusammen unterwegs ist. Und die Story wird dann abgefrühstückt, wenn man auf dem Weg ist. Also irgendwie von A nach B reitet oder so. Dann wird die Story abgefrühstückt. Dann musst du halt viel lesen. Ist zwar ein bisschen doof, weil man dann auch gleichzeitig reitet. Und dann bist du am Lesen und dann liest du. Und dann kannst du vielleicht irgendwas nicht direkt lesen. Und zack, bist du gegen den Baum geritten. Ich meine, okay, geht auch noch. Aber das Spiel stürzt jetzt neuerdings auch noch laufend ab. Und das hat mir jetzt eben, äh, echt zu viel gegeben. Ich, äh, packt das euch jetzt mal hier rein. Ich hab nämlich jetzt eben seit über einer Stunde versucht, ein Let's Play aufzunehmen. Sheriff, Drugs, uh, es leckt. Warum leckt's? Oh oh, das sieht nicht gut. Das glaub ich jetzt nicht. So, wir fahren nochmal nach links. Ja, let's see if the game is stable. Oh, das ist aber ein schönes Pferd hier. Kann ich hier absitzen? Nee. Ich will das Pferd haben, da links. Das glaub ich jetzt nicht. Das glaub ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So, das waren die zwei Versuche von eben, die Folge 5 aufzunehmen mit dem neuen Sound. Das ist zweimal in der Stadt an derselben Stelle abgestürzt, innerhalb von dem Story-Teil, wo wir da am Reiten sind. Und jetzt kann ich da an der Stelle auch gar nicht irgendwie weiterspielen, weil das Spiel stürzt ja jedes Mal da ab. Und ich muss jedes Mal die 10 Minuten davor nochmal neu spielen. Und deswegen beschließe ich jetzt, dass ich das Spiel erstmal pausieren werde, bis Rockstar Games weiter gepatcht hat. Denn das geht mir gehörig auf die Nüsse. So hab ich keine Lust, das aufzunehmen. Ehrlich. Wenn das alle naselang, oder wenn du die ganze Zeit Angst hast, wenn das Spiel jetzt abstürzt, dann musst du die letzte Viertelstunde nochmal spielen. Ey, da hab ich keine Lust drauf. Ehrlich. Da hab ich wirklich keine Lust drauf. Und ja, das ist halt kacke, ja. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich mein, es gab von Anfang an auf der PC-Version Probleme, dass das Spiel überhaupt nicht gestartet ist. Bei einigen, bei mir ging das komischerweise. Ich hatte eigentlich so keine Probleme bisher in dem Spiel. Aber jetzt plötzlich da in der Stadt, zack, Spiel weg. Und dann nochmal 10 Minuten Neuspiel. Und das nervt halt einfach. Und vor allen Dingen kostet das tierisch Zeit. Und wenn ich das dann zweimal versuche und das zweimal an derselben Stelle abstürzt, ja, dann brauch ich da auch nicht weiterzuspielen. Und deswegen hab ich dann jetzt kurzerhand gesagt, okay, dann, ja, man zieht dir jetzt halt die Reißleine und, ähm, pausierst das Let's Play. Ich mein, ja gut, was heißt pausieren? Könnte man auch irgendwann einfach neu anfangen. Nervt mich selber. Ich hätt's gerne selber gespielt. Und, ähm, find's ein bisschen schade. Und, ja, da muss ich auch ehrlich sagen, bei so einem Triple-A-Titel von so einer Riesen, von so einem Riesenentwickler, der so viel gemacht hat schon, da hätt ich dann mehr erwartet. Also, das darf eigentlich nicht passieren. Also, das hat mit Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, hat halt reichlich wenig zu tun. Meiner Meinung nach. Und, ähm, ja, gut. Ist jetzt so. Kannst du nicht ändern. Shit happens. Ja, dann, ähm, irgendjemand hat, ähm, gestern, ähm, auch irgendwie, äh, äh, einen Kommentar noch geschrieben zu Red Dead Redemption. Ähm, ähm, ja, wär halt nicht so sein Spiel oder so irgendwie was. Und, ähm, 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 und ich hab dann nur kurz drauf, äh, geantwortet, ähm, ja, ab, äh, ab übermorgen gibt's wieder ein bisschen Survival-Crafting. Äh, wollte ich sowieso machen und, ähm, werde ich jetzt auch, ja, definitiv tun. Ähm, es wird eine neue Staffel geben in, äh, Bermuda Lost Survival. Äh, hab ich zuletzt vor ungefähr ziemlich genau einem Jahr gespielt. Ungefähr genau. Ja, ungefähr, genau, ungefähr. Also, äh, ne, ich hab durch Zufall in der Steam-Bibliothek gesehen. Zuletzt gespielt September 2018 oder so irgendwie was. Oder November oder Dezember 2000. Ich weiß es nicht mehr. Aber ungefähr ein Jahr. Und, ähm, ja, da hat sich auch einiges getan. Da ist, äh, gab's auch das ein oder andere Update. Und irgendwie ein neues, äh, Biom, neue, neue Haifische sind da drin irgendwie. Ich glaube, Hammerhaie haben sie mit reingefügt, eingefügt. Und, ähm, ich glaube, man kann auch die Werkzeuge oder Waffen sogar jetzt bis Stufe 3 aufwerten. Irgendwie sowas hätte ich meinen, ich hätte ich gelesen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und, ähm, ja, ich hab dann gestern Abend, äh, auch schon runtergeladen und installiert. Und, ähm, ja, jetzt haben wir vierteln an neun. Es ist Mittwochabend, wir vierteln an neun. Und, äh, ja, ähm, da ich ja jetzt dann, äh, Red Dead Redemption dann einstelle erst mal, hab ich mir gedacht, dann machst du jetzt noch schnell wenigstens ein Infovideo dazu. Und, äh, äh, lädt das dann gleich hoch. Und, ähm, ja, dann, äh, nimmst du, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch, ne, ganz ehrlich, ich hab heute auch keine Lust mehr, was aufzunehmen. Ähm, nee, nee, ich nehm nix auf. Nein, mach ich nicht. Ähm, Problem ist, ich bin morgen Abend eingeladen, ähm, äh, bei den neuen Mietern, die hier eingezogen sind. Die wollten einen kleinen Umtrunk machen und ein paar Snacks bereitstellen. Die haben mich eingeladen, das heißt, morgen Abend am Donnerstag komme ich also auch nicht dazu aufzunehmen. Also kann ich frühestens am Freitag aufnehmen. Am Samstag bekomme ich Besuch vom Warzone. Der Warzone hat mir heute per WhatsApp geschrieben, dass er am Samstag in Köln ist und wollte einfach mal auf einen Kaffee vorbeikommen. Und, äh, da hab ich gesagt, mach das, komm vorbei. Und, äh, ja, deswegen muss ich dann mal gucken, weil ich hab blöderweise am Samstag auch noch Putzdienst. Das heißt, äh, der Vormittag ist mehr oder weniger schon komplett verplant. Dann kommt der Warzone irgendwie um zwölf oder um eins und, äh, ist dann eine Zeit lang hier. Also komme ich dann irgendwie am Samstag auch irgendwie frühestens um, keine Ahnung, 15 Uhr, 16 Uhr irgendwie mal dazu aufzunehmen. Äh, und dann ist abends Fußball und, ja, und dann ist der Sonntag, da kann ich dann endlich in Ruhe aufnehmen. Das kann doch nicht sein. So, jetzt ist auch noch der Kämling zu guter Letzt abgestürzt und ich weiß gar nicht mehr, wo ich am Erzählen war, äh, am Aufnehmen. Ja, also, äh, ich bin die nächsten Tage definitiv ein bisschen irgendwie, ähm, verplant und, äh, komme nicht so richtig dazu aufzunehmen. Wie gesagt, Samstag ist noch Fußball und Sonntag hab ich dann endlich mal Zeit, um irgendwie, äh, nochmal richtig Let's Plays zu machen. Und, äh, ich hab auch ehrlich gesagt, ich hab im Moment, also, das, das, das alles hier geht mir gerade so dermaßen auf die Nerven. Äh, mit dem Mikro, mit Red Dead Redemption, der Kämling friert mir ein, warum, warum auch immer. Äh, das macht keinen Spaß. Ja, und, äh, keine Ahnung, ähm, dann mach ich halt jetzt, äh, kleines Zwangspäuschen, so, mehr oder weniger. Ich gucke mal, wie ich zum Aufnehmen komme, äh, wenn ich genügend Zeit habe, dann, dann werde ich das auch tun. Äh, dann werden wir ein bisschen Bermuda Lost Survival spielen, in der Hoffnung, dass dieses Spiel nicht abstürzt. Und, ähm, ja, dann, äh, schauen wir mal, schauen wir mal. Weil ich denke dann, dass ab nächster Woche oder so wird's dann wieder richtig weitergehen, ähm, weiß ich nicht. Ich mein, Rockstar Games patcht ja auch, äh, die sind ja auch relativ fix so mit dem Patchen, aber, ja, keine Ahnung. Ist halt schwierig zu sagen, wann, wann dann irgendwie das Spiel bei mir wieder richtig stabil läuft. Eigentlich lief's ja stabil, aber jetzt crasht's halt immer an der einen Stelle und das halt, das ist halt irgendwie ein No-Go. So, ja, ne gut. Ansonsten, ja, weiß ich jetzt nicht, müsste ich mal gucken, ähm, noch für ein zweites Spiel oder so. Ja, ich überleg mal, ob mir da was einfällt oder, äh, ich will jetzt auch nicht irgendwie noch was Neues kaufen. Da hab ich jetzt auch nicht wirklich Lust drauf oder so, oder zumindest nix Teures. Also irgendwie Planet Zoo hab ich ja mal gedacht, aber, ähm, äh, ist auch mit Sicherheit ein gutes Spiel. Ich weiß es nicht, ich hab's mir noch nicht genau angeguckt, aber das ist halt auch so ein, so ein 50-Ocken-Ding. Und, ähm, ja, mal schauen. Irgendwas fällt mir vielleicht noch ein als zweites Spiel. Subnautica Below Zero werde ich jetzt definitiv erstmal pausieren. Äh, irgendjemand hat geschrieben, spiel doch nochmal Subnautica. Och, ehrlich, ich, ne. Ne, das normale Subnautica, äh, im Moment, im Moment nicht. Ich, mal schauen. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Naja, so, ich wollte euch auch nur ganz kurz eigentlich auf den, auf den laufenden Stand bringen. Also, wie gesagt, Red Dead Redemption tut mir echt leid. Ich würde wirklich gern weiterspielen, aber, wie gesagt, ja, ihr habt's ja gesehen. Und, äh, ja, damit bin ich dann jetzt auch erstmal durch. Ich wünsche euch noch eine angenehme Restwoche. Äh, schon mal vorab ein angenehmes Wochenende. Und, ähm, ja, wir sehen uns. Also, macht's gut. Bis denn. Und tschüss.